Valentin, herzliche Gratulation zum Sieg gegen Aschwa. Du bist Jurasir und hast jetzt deinen Heimatkanton heute schlagen können. Du hast selbst noch getroffen. Wie war es für dich, gegen deine Heimat zu spielen? Ja, das war schon ein wichtiges Spiel, weil es gibt schon ein Derby, ich wollte sagen, für mich. Ich spiele gegen Aschwa, aber erstens muss ich sagen, das ist der 3-Punkt, der wichtig war und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist das Ziel. Heute habt ihr einen super Start hingelegt, sehr schnell 3-0 geführt. Wie wichtig war das gegenüber gestern? Gegen Fribourg lief es ja nicht so wunschgemäss. Ich glaube, das war wichtig für die Mannschaft, weil gestern das war ein nicht sehr gutes Spiel und heute haben wir eine Reaktion gezeigt und 3-Punkt zu Hause am Sonntagnachmittag ist immer perfekt.